Servus liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, wir machen hier erstmal die nächsten Strohballen fertig. Haben ja beim letzten Mal schon gesagt, dass wir uns jetzt drum kümmern wollen, dass wir hier auf alle Fälle uns erweitern. Ich speichere nochmal ab. Ich habe das Spiel nämlich einfach weiterlaufen lassen. Dann gucken wir nochmal auf dem Handelsmarkt, was wir angenommen haben. Da sollte jetzt doch in der nächsten Zeit einiges reinkommen, allerdings erst zum August hin. Deswegen gucken wir jetzt nochmal, was wir an Stroh und Roggen hier noch einsammeln können sozusagen. Da ist nochmal Roggen, das ist gut. Und da ist auch nochmal Stroh, das nehmen wir auch noch mit. Wunderbar. So, jetzt haben wir erstmal da einiges erledigt und kümmern uns jetzt mal langsam um die Erweiterung. Das bedeutet nämlich, wir lassen mal etwas schneller vorlaufen, dass hier erstmal die Sehmaschine repariert ist. Das ist gut. Die Jungtiere wachsen. Roggen kann abgeerntet werden. Gut, das bedeutet natürlich nochmal, wir werden hier unseren Kollegen Nagis auf den Mähdrecher schwingen. Das wird die letzte Roggenernte sein, denn danach geht es jetzt nur noch mit Wintergerste los. Zehn Tonnen kommen nochmal rein. Ja, ist optimal. Dann haben wir das Lager richtig schön gefüllt. Stroh kommt jetzt auch noch ein bisschen rein und Kalbfleisch. Ja, da müssen wir gucken, dass wir da ein bisschen Kalbfleisch noch kriegen. Zwei Kühe sind ja noch hier ein bisschen am rumtrechteln. So, jetzt hat sich viel getan, denn das Kalbfleisch wurde abgeholt, das erste. Wir haben Nachwuchs gekriegt und da schauen wir gleich wieder ein Mädchen. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Das heißt, wir können aber auch erstmal hier wieder jemanden verkaufen, die jetzt gar nichts mehr bringt. Und so, dass wir ein bisschen Geld zusammen kriegen. Jetzt kriegen wir gleich den Roggen hier noch rein. Der kommt gerade zurück, hier der Kollege. Und unser Roggenlager ist jetzt richtig schön voll optimal. Das ist gut. Und auch da können wir natürlich nochmal Stroh pressen und einsammeln. Jetzt werden wir aber als erstes hier mal die Strohballen einsammeln. Das ist glaube ich der erste Weg, weil dann können wir das Feld nämlich gleich nochmal ansehen. Wir wollen ja auch gucken, dass wir hier auf unsere Wintergerste kommen. Das sollte natürlich gleich erledigt werden. Das ist ein kleines Strohballenpressen. Da können wir uns mal einen Traktor mieten. Denn die Strohballenpresse haben wir ja. Das ist ja nicht das Problem. Und der Traktor mieten wird für das kleine Feld nicht so teuer sein. Aber sieben Tage, 1400 Euro. Ist natürlich schon einiges an Geld. Aber die Strohballen einsammeln, das geht relativ schnell. Dann warten wir da nochmal einen Moment. Das ist ja relativ schnell erledigt. Na. So, Strohballen sind eingesammelt. Da müssen wir jetzt auch nochmal gucken. 41 von 50.000. Also da haben wir jetzt noch einiges vor uns. Denn das Problem ist, unser Strohlager ist jetzt fast voll. Da müssen wir dann schauen, wie wir das am besten machen. Also wir werden jetzt auf alle Fälle hier die Strohballen pressen schon mal. Da ist natürlich unsere Spezialistin hier, unsere Frau Fischer. Da müssen wir, wie gesagt, sieh, die brauchen nur 8 Tage. Bei dem anderen Kollegen hat es 14 Tage gedauert. Da merkt man also schon, wie sehr der Unterschied ist zwischen den Leuten, die reparieren oder sich also Maschinen kümmern. Oder, wie gesagt, um die Feldbearbeitung kümmern. So, was sagt der Kuhstall? Da müssen wir doch jetzt auch mal langsam losgehen. Die Tanja. Jawohl. Wunderbar. Ist soweit. Das heißt, wir können hier gleich die nächste Kuh nochmal besamen. Milch kommt richtig gut rein. Und die Chantal, die dürfte auch bald soweit sein, dass das Kelby fertig ist. So, gucken, wird es ein Junge. Jawohl, das ist das, was ich eigentlich haben wollte. Im Moment erstmal, damit wir hier natürlich schnellstmöglich sozusagen wieder ein bisschen an Fleisch kommen. Denn da brauchen wir ja noch ein bisschen. Unser Fleisch liegt jetzt bei 2,4. Und da sollte auch noch einiges zusammenkommen. Denn Fleisch, Kalbfleisch brauchen wir 1400, 4300 Kilogramm Kalbfleisch brauchen wir. Halt, jetzt hätte ich gleich nochmal gucken können, bis wann. Oktober und November, gut, da haben wir natürlich noch ein bisschen Zeit. Aber das dürften wir nicht aus den Augen verlieren, denn das könnte teuer werden. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir brauchen, ich will ja eigentlich noch ein bisschen Reserve schaffen eigentlich an Geld. Das Problem an der Sache ist nämlich jetzt, wir pressen hier in der Zeit schon mal das Stroh. Das ist nämlich auch noch eine Aufgabe, die ziemlich Zeit in Anspruch nimmt. Und gerade bei einem Feld mit 1,6 Hektar sind 13 Tage. Und wir wollen ja gucken, dass wir hier auch die Wintergerste noch einfallen. Also da müssen wir unser Lager hier auch noch ein bisschen auffüllen. So, und wie machen wir jetzt am besten taktisch weiter? Also ich würde gerne jetzt eigentlich warten, bis wir hier den August fertig haben, um zu sehen, wie das mit den Personalkosten ist. Ich möchte ja da nicht ins Minus rutschen, aber das wird auch nicht passieren, denn eben ist Stroh und Rocken geholt worden. So, und jetzt können wir, nachdem wir noch einmal gespeichert haben, ein bisschen hier aus der Ansicht rauszoomen und werden uns noch eine kleine Garage kaufen. So, jetzt gucken wir mal, wo wir die noch hinbauen können. Also ich denke mal, wir werden die doch hier oben hinsetzen müssen. Die kleine Garage. Halt, ich will keine Fahrzeuge, die kommen später. Ich möchte jetzt erstmal hier eine kleine Garage bauen. So, die können wir eigentlich doch hier unten noch hinsetzen. Da passt die gerade so hin. Optimal. Und jetzt geht es endlich an die Erweiterung, denn dann können wir uns zumindest gleich mal einen zweiten Traktor und vielleicht noch einen Kipper holen und so ein paar Kleinigkeiten. Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. So, kleine Garage wurde fertiggestellt. Perfekt, da haben wir jetzt richtig Platz. So, und jetzt geht es an die Erweiterung. Wir gucken natürlich erstmal nach gebrauchten Geräten, was wir uns hier so holen können. Und ein großer Traktor für 9000, das klingt schon mal richtig gut, denn ich möchte ja auch mal einen großen Traktor benutzen und nicht nur einen kleinen. Den werden wir kaufen, den kriegen wir unter. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Geld übrig. Jetzt gucken wir nochmal bei der Pflege. Ja, so eine kleine Spritze, die wäre aber interessant jetzt, aber noch nicht direkt. So, wir holen uns dann noch einen kleinen Zweiachskipper. Den kaufen wir uns auch noch. Das ist ja auch ein Gerät, was wir ziemlich oft brauchen. So, für die Aussaat haben wir ja alles. Und ansonsten sind wir auch durch. Das heißt, unsere Garage. Jetzt haben wir einen zweiten Traktor und haben das brauchen. Also da wieder weniger zu mieten. Und haben natürlich jetzt den Vorteil, das können wir auch gleich mal einsetzen. Der Herr Nackes wird mal die neuen Geräte sozusagen in Arbeit nehmen. Das ist natürlich wunderbar. Mieten brauchen wir nichts mehr. Und es dauert nur zwei Tage. Dann können wir also hier mit dem großen neuen Traktor losfahren. Ah, der fährt da oben raus und zu dem Feld. Das ist natürlich praktisch. Und er sammelt hier rechts auch das gleich schon ein. Das ist natürlich wunderbar. Mit unserem eigenen Gerät hier. Ah, das ist doch mal eine richtig schicke Geschichte. Ist nur schade, dass sich der Anhänger nicht füllt mit den Strohballen. Das wäre noch schön von der Animation. Aber das sieht auch aus, als ob der da hinten starrt ran ist. Der hat irgendwie gar kein Gelenk. Aber egal, wir haben wieder ein bisschen erweitert. Wir sind wieder einen Schritt vorwärts gekommen. Und können natürlich hier jetzt parallel arbeiten. Denn die Frau Fischer ist ja noch im Einsatz. Die ist ja bei den Strohballen noch am Pressen. Genau. Die sollte aber eigentlich auch bald auf dem Rückweg sein. In der Zeit gucken wir nochmal in den Kuhstall. Drei Damen sind bald ausgewachsen. Oh, eben hat es geklingelt ohne Ende. Jetzt müssen wir mal gucken. Kleine Ballenpresse ist der Zustand runtergegangen. Strohballen sind eingesammelt. Und 6.658 Kilogramm Stroh haben wir eingesackt. Das ist jetzt richtig gut. So, jetzt haben wir da oben das soweit alles fertig. Strohballen einsammeln können wir hier schon gar nicht machen. Weil wir im Moment gar keinen Platz dafür haben. Das heißt, wir werden mal hier so 9.000 Stroh verkaufen. Bringt uns ja auch ein bisschen Geld. Und wir können jetzt hier die Strohballen einsammeln. Das ist wichtig und gut. Dafür werden wir jetzt den guten Traktor nehmen. Den großen sozusagen. Und ja, den Kipper. Denn den kleinen Traktor, den muss auf alle Fälle unser Herr Nackes jetzt erstmal ganz dringend reparieren. Damit wir da keine Probleme kriegen. Was war da noch so schlecht eben gewesen? Da war da noch was. Ach genau, die Strohballenpresse. Oh, die ist ganz schlecht. Zum Glück haben wir die Strohballen fertig erstmal. Da kann man dann gleich noch ein bisschen nacharbeiten. So, die Strohballen sind unterwegs. Perfekt, läuft alles wunderbar. 11 Tonnen Stroh eingelagert. Ihr seht, wir sind rappelvoll. Roggen ist rappelvoll. Jo, das ist gut. Jetzt kann es eigentlich schon so langsam in Richtung Wintergerste gehen. Das ist gut. Also, dieses Feld ist ja schon so weit. Jetzt schauen wir mal gleich, dass wir hier die Frau Fischer noch losschicken. Werden den guten Traktor nehmen. Der kleine ist ja gerade in Reparatur. Und ihr seht, auch das geht alles mit dem großen Traktor deutlich schneller. Ist also eine unheimliche Erweiterung. Da ist schon die Überlegung, ob wir den kleinen Traktor dann später mal verkaufen. Und vielleicht dann dafür direkt einen größeren noch holen. So, der kleine Traktor wurde repariert. Das ist gut. Dann kann der nämlich hier pflügen auf dem Feld. Auf der anderen Seite fehlt uns ja jetzt im Moment hier der Pflug. Und das würde der kosten. 100 pro Tag Müll. Dann warten wir, bis das hier gleich fertig ist. Dauert ja nicht lange. So, dann werden wir hier die Saatbettbereitung starten. Das macht mal der Herr Nagis gerade. Mit dem kleinen Traktor und der Saatbettkombi. So, jetzt haben wir nämlich den Spaß. Wir können mit dem da rumfahren. Werden uns hier gleich um das große Feld kümmern. Das macht die Frau Fischer. Die kann mit dem zweiten Traktor fahren. Und mit dem Flug hinten dran. Und auch das geht relativ schnell. Ja, und jetzt haben wir hier, wie gesagt, beide Geräte im Einsatz. Das macht natürlich hier das Ganze um einiges besser und beschleunigt. Und wir sparen natürlich einen Haufen Geld. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Gucken wir mal kurz im Kuhstall, wie es aussieht. Die Edeltraut ist bald soweit. Die zwei Kühe hier sind auch bald soweit. Das ist sehr gut. So, dann können wir hier oben gleich einsehen. Noch gleich die Wintergerste starten. So, einmal aussäen. Wintergerste geht ja noch ohne Probleme. Der Herr Nackes kriegt diesmal den kleinen Traktor und die Sämaschine und geht auf die Wintergerste. Und schön ist es. Wunderbar. Ja, also das macht es natürlich deutlich besser für uns. Und unser Großstädterruf bleibt noch erhalten. Wir haben 262.000. Also da müssen wir natürlich noch ein bisschen was für machen. Aber ich denke mal, da sind wir auf einem ganz guten Weg. So, wir schauen gleich. 44% hat der Traktor nur noch. Das ist natürlich ungünstig. So, ein Tier ausgewachsen im Kuhstall. Ja, dann bringen wir die Edeltraut gleich mal raus und besamen hier die Christiane. Da kommt auch gleich der nächste Nachwuchs rein. So, Aussaat ist gleich fertig. Hier werden wir gleich mal auf die Schnelle noch die Saatbettbereitung vorbereiten. Beziehungsweise starten. Haben ja hier noch ein bisschen was. Oh, der Traktor muss auch unbedingt dann repariert werden danach. Das ist gut, dass wir jetzt zwei Traktoren haben, weil dann fällt nämlich einer nicht andauernd aus. So, der kommt gerade zurück. Damit ist das hier auch erledigt. Die Wintergerste wächst und der kleine Buchstall bringt uns Nachwuchs. Ja, der Oskar. Das ist perfekt. Wir brauchen ja sowieso noch ein bisschen Fleisch. So, besamen gleich die nächste Kuh, dass hier die Milchquote wieder ein bisschen hoch geht. und werden hier jetzt noch schnell das nächste Feld pflügen. Dafür haben wir ja noch unsere Geräte. Die laufen wunderbar. Super. So, dann haben wir alle Felder hier in Arbeit. Saatbettbereitung pflügen. Die müssen wir dann nur noch einsehen. Und dann ist der ROPS doch soweit gelutscht. Ich speichere jetzt noch mal ab. Und gucke noch mal auf den Handelsmarkt, wie es da eigentlich aussieht. Halt erst mal im Lager. Ah, Termingeschäft trocken wurde fertig. Wunderbar. Da ist gerade was geholt worden. Stroh haben wir noch ohne Ende. Und Milch könnten wir eigentlich auch mal wieder irgendwie was loswerden. Dann schauen wir mal. Stroh. Ja, da gehen nochmal 3000 Liter weg. Das ist nicht wirklich viel. Und Milch 3,6. Da können wir also auch noch was annehmen. Roggen könnten wir zur Not eigentlich auch noch was annehmen. Kalbfleisch geht erstmal nicht. Aber Milch geht. Roggen geht. So. Ja. Die nehmen wir nochmal an, die beiden. Da kommt auch noch ein bisschen Geld in die Kasse. So, und jetzt kann man ja schon bald über die nächste Erweiterung reden. Wir kriegen ja jetzt richtig gut Geld zusammen. Ich muss mal überlegen, was wir jetzt am besten machen. Ich habe schon überlegt, ob wir den kleinen Kuhstall vielleicht sogar entsorgen. Und dann einen großen Kuhstall aufbauen. Dafür müssen wir aber erstmal gucken, was kostet ein großer Kuhstall. Bei den Fahrzeugen werden wir ihn wahrscheinlich nicht finden. Sollten wir vielleicht mal hier gucken. Der große Kuhstall liegt bei 65.000 Euro. Hm. Das ist eine Menge Zeug. Gut. Unterkunft ist auch erstmal noch nicht so tragisch. Kleines Lager. Ja, für das Stroh. Da ist die Überlegung, könnte man auch noch ein großes Lager sogar bauen für Stroh. Da hätten wir natürlich nochmal ein bisschen mehr zur Verfügung. Hm. Aber ich wäre eigentlich erstmal jetzt für den großen Kuhstall. Der war schön. Der kostet 80.000. Ja, da sollten wir mal gucken, was wir damit machen. So. Der große Traktor liegt bei 27%. Wir gucken mal gerade, was hier repariert werden muss. Genau. Die kleine Ballenpresse. Die müssen wir unbedingt reparieren. Aber die Kollegen sind alle noch im Einsatz. Das ist doof. Müsste aber sich doch jetzt gleich was tun. So. Das sieht nämlich dann eher danach aus, dass wir hier vielleicht doch eher... Ach, der ist hier immer noch draußen auf der Feldarbeit. Das ist blöd. Das ist blöd. Ach, der pflügt da hinten. Gut. Dann sehen wir hier schon mal aus. Können wir ja erstmal auch nichts machen. Äh, aussehen. Einmal die Frau Fischer, bitte. Oh, der Traktor ist... Uhhh. Der hat noch 16%. Nee, dann muss ich erst den Traktor reparieren. Dann warten wir, bis der Herr Nuggles wieder im Haus ist. So. Der sollte jetzt gleich wieder da sein. Kommt er gerade zurück. Dann müssen wir einmal hier rüber in die andere Garage und einmal den Traktor reparieren. Das ist jetzt ganz wichtig. Das macht unser Herr Nuggles fertig. Okay. So. Denn wenn der nicht mehr funktioniert, haben wir natürlich schlechte Karten. Und da wir jetzt September haben, werden wir mal schauen, dass wir hier schleunigst nochmal aussehen. Nämlich noch ein bisschen Wintergerstung einfahren. Machen. Gut. Damit haben wir das auch. Jetzt überlege ich ja schon fast wieder, ob wir noch auch im Bereich Personal mal erweitern. Also wir könnten eine größere Unterkunft bauen. Die dürfte auch gar nicht mal so teuer sein. Unterkunft, ne? 20.000. Die große kostet 30.000. Und ja, das Problem ist, wenn wir die kleine Unterkunft verkaufen oder abreißen, da kriegen wir natürlich nichts für. Tja, fünf Leute haben wir da reingestellt. Wir bräuchten aber dann mindestens mal noch einen guten für die Feldarbeit. Ja, das sieht auch noch nicht so groß verändert aus. Schauen wir nochmal schnell in den Kuhstall. Oh, da ist die Juma. Die ist fertig. Die können wir gleich reinschicken können. Nochmal die Chantal besagen. Wunderbar. Das geht also auch vorwärts. Ja, dann schauen wir in der nächsten Folge, wie wir am besten mit den Erweiterungen vorwärts kommen. Beziehungsweise, dass wir uns erstmal hier noch optimal auf den Winter vorbereiten. Im Moment sind wir ja noch dabei, wie gesagt, den großen Traktor zu reparieren. Wir müssen hier nochmal Saatbettbereitung und Aussaat starten. Dann kriegen wir auch nochmal so in Summe, denke ich, um die 60 Tonnen Wintergerste rein. Die passen hier gerade so auch noch ins Lager. Und dann müssen wir schauen, dass wir noch ein bisschen Stroh, ein bisschen Roggen loskriegen. Aber ich denke mal, das sind auch Sachen, die über den Winter gut laufen. Und wenn dann der Winter einbricht und wir nichts machen können, werden natürlich erstmal alle Geräte repariert. Da haben wir auch noch einiges an Arbeit vor uns. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich gehe mal hier kurz auf Pause, überschreibe den Spielstand, sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich mit euch zusammen, die nächste Folge zu bestreiten. Bis dahin, Servus und Tschüss. Bis dahin, Servus und Tschüss. Vielen Dank.